Ja, servus Leute! Es ist mal wieder Zeit für so ein Rent-Video. Diejenigen, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen sicherlich, dass ich dem einen oder anderen YouTube-Kanal kritisch gegenüberstehe, wo in meinen Augen merkwürdige Dinge erzählt und verbreitet werden. Und ich bin jetzt auf einen weiteren Kanal gestoßen, der wurde mir von YouTube, vom Algorithmus vorgeschlagen, wo ich mit den Aussagen in einem Video, wo der Kanalbetreiber vermeintlich Aussagen vom Herrn Habeck, von dem ich jetzt auch kein Riesenfan bin, diese vermeintlich widerlegt und ich denke, er widerlegt da nicht, sondern er redet Punkt A am Thema vorbei und Punkt B, er behauptet Dinge, die einfach nicht richtig sind. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich bin aber diesmal ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe hier den Kanalbetreiber, bevor ich, auf das Video reagte angeschrieben und habe ihn eingeladen. Das hier ist übrigens der Kanal, der heißt Kitchen News und das Video, über das wir sprechen wollen, nennt sich Robert Habeck auf den Spuren von Korrektiv. Was genau er damit meint, ist mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall habe ich den Herrn Schröder, so ist der Name von dem Kanalbetreiber, angeschrieben, habe ihm gesagt, dass ich einen YouTube-Kanal betreibe, dass ich sein Video über den Herrn Habeck gesehen habe und dann habe ich ihm geschrieben, nach meiner Einschätzung arbeiten Sie mit Stroman-Argumenten. Also er unterstellt, dass gewisse Behauptungen aufgestellt wurden, die in Wirklichkeit nach meiner Einschätzung überhaupt niemand aufstellt, um diese Behauptung, die niemand gestellt hat, dann wieder widerlegen zu können. Und Ihre Interpretation verschiedener Sachverhalte halte ich für völlig falsch. Daher möchte ich Sie zu einem Gespräch im Rahmen eines Livestreams einladen, in dem wir diverse Aussagen in Ihrem Video diskutieren können. Bezüglich der Terminierung bin ich flexibel und richte, da fehlt auch ein E, mich nach Ihnen. Über eine Zusage würde ich mich sehr freuen. Und der Herr Schröder hat, das muss man ihm auf jeden Fall hoch anrechnen, sehr zeitnah geantwortet und schreibt, Das mit dem Internet ist natürlich schade. Ich hätte gerne im direkten Gespräch mit dem Herrn Schröder das Ganze mal auseinanderdividiert und geguckt, ob die Aussagen von ihm im Video wirklich zutreffend sind. Natürlich werde ich hier nur Ausschnitte aus dem Video vorspielen und nicht das ganze Video. Der Videolink ist aber in der Videobeschreibung hinterlegt. Ihr könnt euch das ganze Video also auch selbst anschauen und euch selbst eine Meinung bilden, ob ich hier Dinge aus dem Kontext reise. Wir beginnen zunächst erstmal mit einem Teil der Einleitung, wo ihr erklärt, worum es in dem Video geht. Und nun versucht halt Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja nun auch ganz gerne Kanzler werden möchte in dieser Republik, den Leuten zu erklären, dass der Atomausstieg ja im Grunde genommen einfach einzeln und allein nur positive Seiten hat. Dazu hat er halt dieses einminütige Video bei X hochgeladen und rattert da nicht nur in einer Minute, sondern in ganzen 36 Sekunden die wirklichen vier Fakten zum Atomausstieg einfach runter. Und diese vier Fakten möchte der Herr Schröder in dem Video scheinbar widerlegen, aber ich habe ihn unterbrochen. Diese vier Fakten, die schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Das ist also erstmal die Prämisse des Videos. Ich hoffe, dass das ausreicht, um euch ein Bild zu machen, worum es in dem Video geht. Jetzt steigen wir auch mal gleich ein in das Video. Wie widerlegt der Herr Schröder die vier Fakten von Herrn Habeck? Also kommen wir einmal zu Fakt Nummer 1. Ein Jahr nach dem Atomausstieg gibt mir eine Minute, um vier Fakten klarzustellen. Erstens, die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Ja, nur das Problem an der ganzen Sache ist, Deutschland ist ja vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden. Das heißt, die Versorgungssicherheit in diesem Land liegt nicht mehr einzig und allein in unseren Händen. Das ist schon eine Aussage, die ich etwas erstaunlich finde, denn natürlich muss man sich anschauen, wie hoch ist die Kraftwerksleistung in Deutschland inklusive der Kraftwerksreserve und würde das ausreichen, um den Strombedarf in Deutschland zu decken? Denn natürlich sind wir in einem europäischen Stromnetz zusammen mit unseren Nachbarländern und das ist auch gut so, weil das natürlich auch zur Stabilität des europäischen Stromnetzes beiträgt. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist die Aussage von Herrn Habeck zu Kraftwerksleistung in Deutschland tatsächlich falsch? Also haben wir zu wenig Kraftwerksleistung inklusive Kraftwerksreserve, um die Versorgungssicherheit in Deutschland alleine ohne Hilfe vom Ausland sicherzustellen? Und das verneint der Herr Schröder hier. Um das herauszufinden, braucht man nicht lange im Internet zu suchen. Es gibt zum Beispiel vom Wirtschaftsministerium dazu Informationen. Es wird alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch alles selbst anschauen. Und da schreibt die Bundesrepublik mit der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur sind derzeit, Stand 31. Mai 2022, Erzeugungsanlagen mit einer Nettonennleistung von insgesamt 232 Gigawatt enthalten. Von der Nettonennleistung entfällt ein Anteil von 138,6 Gigawatt auf erneuerbare Energie. Dann wird das hier weiter aufgeschlüsselt. Ihr seht das hier. Also wir haben eine Kraftwerksleistung Stand 31. Mai 2022 von rund 232 Gigawatt. Also mir als Laie, ich bin ja jetzt kein Energiefachmann, sagt das erstmal nicht ganz so viel. Und deshalb habe ich mir dann mal die aktuelle Liste rausgesucht, wie viele Kraftwerke haben wir denn jetzt überhaupt 2024 so ungefähr. Oder Ende 2023, das ist der aktuellste Stand. Diese Liste veröffentlicht die Bundesnetzagentur, kann man sich also auch runterladen. Stand ist hier 17. November 2023. Also jetzt im April 2024 nicht ganz aktuell. Die sieht dann so hier aus. Und da sind alle Anlagen ab einer gewissen Größenordnung einzeln aufgeführt. Und die EEG-Anlagen, also meine PV-Anlage, wird dann zusammengefasst je Bundesland in einem Wert praktisch dargestellt. Und wie gesagt, ich als Laie, als YouTube-Cashbau, habe noch nicht mal eine Vorstellung, wie viele Kraftwerke haben wir überhaupt in Deutschland. Wir scrollen jetzt mal hier runter, wie lange das dauert, bis wir zum Ende dieser Liste kommen. Also Zeile 12 fangen wir an. Das sind schon ein paar, die sind alle einzeln aufgeführt, die haben also alle eine gewisse Größe. Also es geht immer noch weiter. Immer wieder am Ende. Das gibt es doch nicht. Jetzt müssen wir aufhören jetzt langsam. Das gibt es doch nicht. Ah, jetzt kommen hier die EEG-Umlagen unter 10 Megawatt. Die werden hier also zusammengefasst, je nach Typ, glaube ich, und je nach Bundesland. Nicht-EEG-Anlagen haben sie auch noch mit drin. So, hier sind wir also auf Zeile 2037. Aber die reine Stückzahl, machen wir uns nicht vor, die sagt natürlich nichts aus. Deshalb habe ich hier drüben jetzt mal eine Summierung gemacht, Nettoleistung, Bruttoleistung. Nur die Nettoleistung ist sicherlich das, was uns interessiert. Da haben wir jetzt nach der Angabe 252.882 Megawatt oder 252,88 Gigawatt. Bin mir nicht ganz klar, ob hier die Kraftwerksreserve schon mit drin ist. Es gibt nämlich auch immer eine Kraftwerksreserve, die vorgehalten wird, um im Notfall da dann auch wieder was zuschalten zu können, falls erforderlich. Aber das ist jetzt erstmal der Wert, den wir laut dieser Kraftwerksliste von der Bundesnetzagentur in Deutschland tatsächlich haben. Aber natürlich ist diese Zahl alleine nicht aussagefähig, denn wir müssen auch wissen, wie hoch ist denn die Spitzenlast in Deutschland. Also wie viel Strom wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in Deutschland maximal an Kraftwerksleistung tatsächlich angefordert oder abgefordert. Und auch da muss man nicht lange suchen. Gibt es viele Quellen. Ich habe jetzt hier mal gas.info rausgesucht und dort wird dargelegt, eine durchgehend zuverlässige Versorgung mit Strom ist für Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrie von hoher Bedeutung. Aktuell sind in Deutschland über 90 Gigawatt an gesicherter Kraftwerkskapazität installiert. Genug, um die deutsche Spitzenlast von rund 80 Gigawatt zu bedienen. Und mit gesicherter Kraftwerksleistung ist eben nicht eine PV-Anlage oder PV-Anlage gemeint. Und es sind auch keine Windkraftanlagen gemeint, sondern konventionelle Kraftwerke. Diese Seite wird übrigens von der Gas- und Wasserstoffwirtschaft unterstützt oder sogar betrieben. Also jetzt keine Quelle, die unbedingt PV-Anlagen bevorzugt oder das Abschalten von Gaskraftwerken. Und hier haben wir dann auch noch eine Übersicht, wie sich alles zusammensetzt. Wir haben also sonstige konventionelle knapp 9 Gigawatt, dann Pumpspeicher 9,45, Erdgas 39,6, Steinkohle 12,9, Braunkohle 18,3. Und diese Zahlen summiert ergeben dann rund diese 90 Gigawatt. Kommen wir wieder zurück zu Kitchen News. Wie er auf die Aussage kommt, Herr Schröder, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr einzig und allein in unseren Händen liegt, die Antwort bleibt er leider schuldig. Wir schauen aber weiter rein, vielleicht kommt ihr zu einem anderen Ergebnis. Und ja, ich höre jetzt schon wieder die Leute schreien, ja, aber im Ausland den Strom zu kaufen, das ist ja viel billiger und la 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 und la la la. Das ist eine korrekte Aussage. Aber jetzt kommen wir zu diesem Strommahn-Argument. Denn diese Aussage, dass wir aus Europa nach Deutschland zu gewissen Zeiten Strom importieren, weil wir einen europäischen Strommarkt haben und im Handel auch einiges passiert. Dieser Handel hat in der Vergangenheit übrigens auch schon dazu geführt, dass das Stromnetz mal am Wanken war, also nicht aufgrund von Kraftwerksleistung oder des Stromnetzes an sich, sondern die geldgierigen Händler, Energiehändler, haben da schon für die eine oder andere Krise gesorgt. Aber egal. Also dieses Argument wird gebracht, auch von Leuten wie mir, einfach nur um zu sagen, die Tatsache, dass wir Strom importieren, ist eben kein Indiz dafür, dass die Kraftwerksleistung in Deutschland nicht ausreicht. Jetzt gucken wir mal, was der Herr Schröder daraus macht. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber das hat mit dem Argument von Robert Habeck hier, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, also in eigener Hand zu haben, überhaupt nichts damit zu tun. In keinster Art und Weise. Also wenn die Sonne nicht scheint. Und das hat auch niemand behauptet. Der Herr Habeck hat das nicht behauptet. Zur Klarstellung, er sagt das als vierten Punkt später noch im Video, aber eben nicht in diesem Kontext, um das hier nochmal deutlich rauszuarbeiten. Ich behaupte das nicht und die Experten werden das auch nicht behaupten. Sondern das dient ja einfach nur dazu, um jetzt zum Beispiel einem Herrn Schröder zu erklären, wenn wir aus dem Auslandstrom importieren, heißt das nicht, dass wir in Deutschland den nicht hätten produzieren können, sondern es wäre einfach viel, viel teurer, den Strom selbst zu produzieren. Und dann sagt der Markt halt, ach nee, dann nehmen wir lieber den billigen Strom und lassen unser Braunkohlekraftwerk aus oder fahren es mit geringerer Leistung. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Was der Herr Schröder jetzt daraus macht, ist ein Argument, was keiner gebracht hat, außer dem Herrn Schröder. Und wenn wir nicht wehen, dann produziert Deutschland halt auch keinen Strom. So, Ende der Geschichte. Da braucht man großartig rumdiskutieren. Natürlich muss man da auch mal sagen, nur weil es in Bayern zum Beispiel windstill ist, heißt das nicht, dass es in Kiel oder in Schleswig-Holstein windstill ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also eine absolute Windflaute, die die gesamte Kraftwerksleistung, Windturbinenkraftwerksleistung in Deutschland betrifft, also das wird nicht ganz so oft vorkommen. Aber klar, kann vorkommen, keine Frage. Und dementsprechend müssen wir auch in solchen Dunkelflauten, wie man sie nennt, Strom aus dem Ausland importieren. Wo ist der Beleg für diese Aussage? Woher nimmt der Herr Schröder dieses Selbstvertrauen, das einfach in den Raum zu stellen? Ich sage euch, woher er dieses Selbstvertrauen nach meiner Einschätzung nimmt. Er hat es gehört irgendwo, irgendjemand hat es ihm erzählt, also wird es mit einem Selbstvertrauen in einem YouTube-Video zum Besten zu geben. Ja, das ist einem, die Zornesröte ins Gesicht treibt, wenn man sich so einen, ja tut mir leid, hanebüchenden Unsinn anhören muss. Selbst ich als Laie, ja, verstehe, dass die gesicherte Kraftwerksleistung in Deutschland größer ist, als die Spitzen, die in Deutschland zu erwarten sind. Das heißt also, diese 80 Gigawatt, von dem jetzt Gasinfo gesprochen hat, das ist ja auch kein Strombedarf, kein Spitzenleistungsbedarf, der jetzt täglich oder stündlich anliegt. Das sind absolute Spitzen, die natürlich auch gedeckt werden müssen. Das steht vollkommen außer Frage. Aber woher kommt die Aussage, dass wir zur Abdeckung dieser Spitzen Strom importieren müssen? Wo ist der Beleg? Link, ich habe dann auch noch mal in der Videobeschreibung geguckt, ob es hier irgendwo einen Beleg gibt, wo man sagen kann, tja, kann man verstehen, Transparenzportal Bund, Link im neuen Tab, gucken wir mal, was das sagt. Die Bundesregierung kooperiert mit zahlreichen Nationalen. Ah, da geht es dann um irgendwelche Fördermaßnahmen offensichtlich, dann Zeitartikel, Weltartikel, Fokus, ja, Fokus ist immer eine sehr zuverlässige Quelle, Welt, ich, also Netzkraftwerke.de, was haben wir hier, Preisbildung, Merit-Order-Effekt, okay, das hat er auch benutzt, diese Grafik im Video, aber ich finde hier nicht die Quelle, wie er zu diesen Aussagen kommt. Keine Ahnung, wir schauen weiter rein. Ja, wenn da nun halt auch nicht die Sonne scheint und auch nicht der Wind weht, wo kommt denn dann der Strom her? Aus der gesicherten Kraftwerksleistung mit konventionellen Kraftwerken, wenn so ein völlig unwahrscheinlicher Fall wirklich mal eintritt. Ja, entweder aus französischen Atomkraftwerken oder aus polnischen Kohlekraftwerken. Jetzt die Frage an den Herrn Schröder. Woher ziehen Sie diese Information? Was ist die Grundlage für diese Aussage? Die Antwort bleibt erschuldig. Aber vielleicht kann uns Robert Habeck ja mit seinem zweiten Punkt überzeugen. Also, Herr Schröder, um es ganz klar zu sagen, Sie haben die erste Aussage von Herrn Habeck nicht widerlegt. Und ich stelle mir auch die Frage, wie wir YouTuber, Sie aus Ihrer Küche, ich hier aus meinem Kinderzimmer, Aussagen vom Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland widerlegen wollen, der natürlich kein Fachmann ist in dem Bereich. Das ist aber in der Regel so, dass die Minister nicht unbedingt die absolute Kernkompetenz in den Bereichen haben, die sie vertreten als Minister. Dafür gibt es aber Ministerien, dafür gibt es Fachleute, dafür gibt es auch die Energiewirtschaft, die natürlich im Austausch steht, auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Wie kommt man denn auf die Idee zu glauben, dass in Deutschland auch nur ein Kraftwerk abgeschaltet wird, ein bedeutendes Kraftwerk, ohne dass da vorher geprüft wurde, ob das abschaltbar ist oder nicht, ohne dass die Energiewirtschaft da ein Mitspracherecht hat. Warum glauben Kanäle wie Kitchen News oder Outdoor irgendwas, dass sie diejenigen sind, die den Durchblick haben, die Probleme erkennen und die Leute, die damit jeden Tag zu tun haben, die sind nicht in der Lage, das zu beurteilen. Es ist für mich, dieses Selbstvertrauen dieser YouTuber, das beeindruckt mich immer wieder. Ich will auch nicht sagen, dass meine Informationen, die ich jetzt hier zusammenstelle, alle ganz korrekt von mir auch interpretiert sind. Aber zumindest belege ich ein bisschen was von meinen Aussagen. Wir hören weiter rein, es ist unglaublich. Aber vielleicht kann uns Robert Habeck ja mit seinem zweiten Punkt überzeugen. Zweitens, die CO2-Emissionen sind runtergegangen. Und zwar um minus 20 Prozent. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Okay, das wiederum hat damit zu tun, dass auch die Industrieproduktion hier in Deutschland im Jahr 2022 oder 2023 oder über die Jahre 2022 und 2023 auch um 20 Prozent heruntergegangen ist. Und dementsprechend, natürlich, wenn man dann die Industrieproduktion um 20 Prozent einbricht, dann könnte es unter Umständen sein, dass halt auch der Stromverbrauch um 20 Prozent einbricht. Und wenn der Stromverbrauch um 20 Prozent einbricht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, am Ende dieser Kette, und das ist halt dieses Merit-Order-Prinzip, die Kraftwerke abzuschalten, die halt CO2 produzieren. Also von den Gaskraftwerken rückwirkend über die Stein- und Braunkohlekraftwerke. Theoretisch kämen dann die Atomkraftwerke und dann geht es erst in die Solar- und Windenergie und so weiter. Das hieße also, dass die Industrieproduktion für diese CO2-Einsparung verantwortlich ist und die Aussage vom Herrn Habeck. CO2-Emissionen sind runtergegangen. Und zwar um minus 20 Prozent. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dass diese Aussage falsch ist. Aber müsste man da nicht hinterfragen, wie groß ist der Anteil der energieintensiven Industrie am Strombedarf in Deutschland. Weil energieintensive Industrie heißt ja nicht, dass da ausschließlich Strom auch zur Produktion verwandt wird. Da kann ja auch Gas dazu gehören, da kann Öl dazu gehören, da kann Kohle dazu gehören. Also in einem Stahlwerk wird man sicherlich keinen Strom benutzen. Nach meiner Laienmeinung, um damit Stahl herzustellen, die Hochöfen anzutreiben, da wird man irgendein Brennstoff dafür verwenden. Also einfach zu sagen, die Industrieproduktion, der energieintensiven Industrie, ist um 20 Prozent gesunken. Also ist automatisch auch der Strombedarf, der Stromverbrauch in Deutschland um 20 Prozent gesunken. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Wo bleibt denn auch dann das Argument der Elektroautogegner, wo soll denn der ganze Strom für die Elektroautos herkommen? Weil die zum Beispiel haben ja zugenommen. Also zumindest einen kleinen Teil dürfte auch das wieder ausgleichen. Wobei natürlich ein Riesenteil, das ist mir auch klar, weil die Elektroautos sind ja so effizient. Aber natürlich kann man nicht sich einen kleinen Teil der Verbraucher raussuchen und sagen, dieser kleine Teil ist um 20 Prozent gesunken, um dann zu sagen, der gesamte Stromverbrauch in Deutschland ist um 20 Prozent gesunken. Man muss das natürlich auf Basis des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland betrachten. Oder sehe ich hier was falsch? Nö, ich glaube, das passt schon. Also ich habe mir jetzt mal die Strommarktberichte der Bundesnetzagentur rausgesucht, hier 2022. Da hatten wir also eine Netzlast, die schon im Vergleich zu 2021 um 4 Prozent gesunken ist. Da haben wir 484,2 Terawattstunden. Der Wert wurde dann offensichtlich nochmal korrigiert. Denn hier im Bericht 2023, alle Links unten in der Videobeschreibung, spricht dann die Bundesnetzagentur von 482,6 Terawattstunden. Und wir haben tatsächlich einen Rückgang um 5,3 Prozent auf 456,8 Terawattstunden. Und die Stromerzeugung sank um 9,1 Prozent auf 448,5 Terawattstunden und 493,2 Terawattstunden waren 2022. Ich möchte hier auch nochmal betonen, der Habeck sagte in dem Video jetzt erstmal nichts vom Rückgang der Industrieproduktion. Er bezieht sich also auf den Stromverbrauch von Privathaushalten, von Industrie, von Handel etc. Also auf den gesamten Stromverbrauch in Deutschland. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Zahlen da aus den Berichten, wenn man sie zusammenstellt, wie das dann aussieht. Ich habe das hier nochmal ganz grob zusammengestellt. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie genau jetzt das Ministerium die 20 Prozent ausgerechnet hat. Auf welcher Basis und das ist alles viel zu komplex, verstehe ich so nicht. Da müsste ich mich erstmal hinsetzen, müsste mich mit den Mitarbeitern dort unterhalten, wie die das ausgerechnet haben. Aber das, was korrekt ist, die Netzlast ist ja runtergegangen. Ich habe dann auch die Prozentwerte nochmal nachgerechnet. Das scheint also zu stimmen, was die da angeben. Da haben wir also einen Rückgang um 5,35 Prozent. Stromerzeugung ist um 9 Prozent runtergegangen. Da habe ich ja schon erklärt, das hängt natürlich auch mit dem europäischen Strommarkt zusammen und wo man am billigsten den Strom herbekommt. Oder ob man es selbst erzeugt. Das ist die Frage. Also das hier sehe ich nicht als negativ an, sondern als eine ganz normale Marktentwicklung. Wir haben also weniger Strom erzeugt. Und dann habe ich mal geguckt, wie das in absoluten Zahlen, erneuerbare und konventionelle, grob gerechnet aussieht. Und da haben wir bei den konventionellen einen Rückgang von 62,2 Terawattstunden. Terawattstunden, ja, müssen Terawattstunden sein. Also 23,97 Prozent. Der Strom insgesamt, also die Netzlast, ist aber von 2022 bis auf 2023 nur um 5,35 Prozent runtergegangen. Und diese Differenz, die ich jetzt schnell hier nochmal eingefügt habe, das sind 1,82 Prozent, die wir weniger erzeugt haben, als wir verbraucht haben. Also selbst wenn man jetzt hier sagt, das kommt aus Braunkohlekraftwerken in Polen, ist es doch eher ein verschwindend geringer Teil im Vergleich zu den 62,2 Terawattstunden oder knapp 24 Prozent, die wir bei konventionellen eingespart haben. Die Erneuerbaren haben um 17,5 zugelegt und der Verbraucher an sich hat um 25,8 Terawattstunden nur abgenommen. Ich denke, die Aussage vom Herrn Habeck, ich habe es jetzt nicht bis ins Kleinste nachvollzogen und ausgerechnet, aber die Tendenz erscheint mir durchaus plausibel. Vielleicht wollt ihr noch weiterrechnen, für mich ist es für das Video hier zu viel Aufwand. So viel kann ich mir den Werbeeinnahmen gar nicht verdienen, dass ich das lohnen würde. Und das ist auch der Punkt an der ganzen Sache. Durch das Herausnehmen der Atomkraftwerke wurde dieses Merit-Order-Prinzip, die Reihenfolge des Merit-Order-Prinzips ja verkürzt. Das bedeutet ja, dass am Ende dieser Kette nun schneller Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke hinzugeschaltet werden müssen. Das wiederum macht halt den Strom teurer. Eines steht ja außer Frage. Das Merit-Order-Prinzip hat in Kombination mit dem Ukraine-Krieg und dem explodierten Gaspreis dafür gesorgt, dass auch die Strompreise, die Großhandelspreise und auch die Endverbraucherpreise explodiert sind. Man muss aber auch dazu sagen, die Energieversorger mit ihren Kraftwerken, ob das PV war, Wind war, Braunkohle, Wasserkraft, die haben ja zu den gleichen Kosten produziert, wie vor dieser Gaspreisexplosion und konnten dann ihren Strom auch entsprechend teurer verkaufen. und haben deshalb auch die von der Politik immer mal wieder in den Raum gestellten Übergewinner eingefahren, also sie waren Krisenprofiteure. Die Aussage von Herrn Schröder scheint aber zu sein, es wurden mehr konventionelle Kraftwerke angeschmissen, mehr konventioneller Strom erzeugt und dadurch wurde der Strompreis teurer. Das ist aber ja auf jeden Fall falsch, weil wir haben ja rausgearbeitet. Die konventionellen Kraftwerke haben weniger Strom erzeugt im Jahr 2023. Der Vollständigkeit halber muss man aber auch sagen, im Jahr 2022 haben die Kernkraftwerke 32,77 Terawattstunden zum deutschen Strommix beigetragen, erneuerbare waren 49,3% und im Jahr 2023 hat die Kernenergie noch 6,73 Terawattstunden beigetragen und erneuerbare waren 60,1%. Also der Zuwachs der Erneuerbaren konnte den Rückgang der Kernenergie nicht vollständig kompensieren, aber es gab auch Stromverbrauchsrückgänge, denn sowohl Verbraucher als auch Industrie und Handel haben sich natürlich auf die höheren Energiepreise eingestellt und Einsparmaßnahmen vorgenommen. Man handelt ja wirtschaftlich, das wird sicherlich auch ein Faktor gewesen sein, den man auch mit einfließen lassen muss. Und nur zur Info, auch Privathaushalte haben aufgrund der Strompreisentwicklung Sparmaßnahmen vorgenommen und ihren Verbrauch reduziert. 1875 Kilowattstunden aus dem Netz, 1735 Kilowattstunden aus dem Netz, 1120 Kilowattstunden aus dem Netz und dieses Jahr werden es 800 Kilowattstunden ungefähr aus dem Netz sein für meinen Haushalt. Und deshalb ist es auch ein bisschen schwierig, diese 20 Prozent vom Herrn Habeck nachzuvollziehen, einfach so in einem YouTube-Video. Man müsste konkret fragen, wie kommt ihr auf diesen Wert, dass es eine Reduktion gab. Das steht außer Zweifel. Wo stehen wir eigentlich bei der Stromerzeugung oder der verhältnismäßig CO2-freien Stromerzeugung? Dann kann man hier sehen, dass wir seit 20, seit über 20 Jahren im Grunde genommen auf der Stelle treten. Ja, aber wir ersetzen Kernkraft durch Solar und Wind. Zu behaupten, wir treten auf der Stelle nach Fukushima, war in Deutschland ganz klar der Wille der Bevölkerung. Wir müssen raus aus der Atomkraft. Alle Bürger waren sich einig, oh Gott, was da passiert, das ist ja schrecklich. Natürlich kann man drüber diskutieren, ob man die Kernkraftwerke noch hätte weiterlaufen lassen müssen. Aber ich bin ja dafür, die abzuschalten, weil das der einzige Weg ist, um uns als Industrienation möglichst unabhängig von Energieimporten zu machen. Ja, weil Sonne scheint in Deutschland und Wind weht auch in Deutschland. Aber abbaufähige Suran haben wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Und ich würde halt gerne, dass wir unsere Energie in unserem eigenen Land selbst erzeugen und nicht auf Dritte angewiesen sind. Die Grafik spricht doch eindeutig für die Windkraft, für die Sonnenenergie. Und man sieht ja auch hier, die Kernkraft ist jetzt weg. Wohin geht denn jetzt die Grafik weiter? Und dass das kein Prozess ist, der von heute auf morgen funktioniert und gerade schon nicht wegen solchen Kommentatoren wie dem Herrn Schröder, weil da gäbe es gar keine Veränderung, wenn wir auf diese Leute hören würden. Das ist doch ganz klar. Der Umbau einer Industrienation wie Deutschland auf ein nachhaltiges, erneuerbares Energiekonzept, der dauert Jahrzehnte und niemand behauptet, dass das von heute auf morgen geht. Und da noch als Ergänzung, weil ich ein bisschen vom Thema abgeschwiffen bin, denn es geht natürlich um die CO2-Reduzierung und ob der Herr Habeck da Unsinn erzählt und der Herr Schröder das aufgedeckt hat. Wir haben hier natürlich eine Grafik, die über 23 Jahre geht. Das heißt, diese Kurven sind relativ abgeflacht. Aber was man halt sehr schön sieht, hier sind wir bei unter 200 Terawattstunden und hier sind wir jetzt bei, wo sind wir da, 220, 230 Terawattstunden und das muss man wieder ins Verhältnis zum Verbrauch setzen, der nicht nur durch eine rückgängige Industrieproduktion unter Umständen entstanden ist, sondern einfach auch dadurch, dass Unternehmen Energieeinsparungen vorgenommen haben wegen der erhöhten Strompreise, durch die Gasproblematik, durch den Krieg in der Ukraine. Das hat natürlich auch eine Auswirkung. Das hat der Herr Schröder aber in seiner Argumentation geflissentlich weggelassen. Also auch wenn man hier so eine Grafik nimmt über so einen langen Zeitraum, hier nochmal zur Info, dass die Industrieproduktion von 2050 bis 2022, das verfälscht natürlich auch das eine oder andere, weil das dann viel flacher wird. Grafisch. Also die Themen sind ein bisschen komplexer, als der Herr Schröder und auch ich überhaupt aufarbeiten und beurteilen können. Aber trotzdem, so ein Video hat man halt schnell mal gemacht, 56.000 Views, finde ich persönlich auch durchaus attraktiv, weil davon leben wir YouTuber letzten Endes von den Werbeeinnahmen. Ich sehe aber, dass das Video schon sehr lang geworden ist, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Dann schauen wir jetzt einmal, was uns Fakt Nummer 3 bringen wird. Drittens, auch die Preise sind runtergegangen und zwar um minus 40 Prozent im Großhandel. Zeitverzögert kommt es jetzt auch bei den Verbrauchern und den Verbrauchern beziehungsweise bei der Wirtschaft an. Ja, die Preise sind runtergegangen. Das kommt jetzt allerdings auch auf den Zeitraum, an den man da jetzt betrachtet und es kommt auch darauf an, ob man es vielleicht verschweigt, dass die EEG-Umlage unter anderem halt nicht mehr im Strompreis enthalten ist. Und Düso hat immerhin mal so 6,5 Cent pro Kilowattstunde ausgemacht. Was hat das denn mit dem Großhandelspreis zu tun? Das wird doch nachträglich dann von den Verbrauchern bezahlt. Der Herr Habeck spricht doch eindeutig vom Großhandelspreis. Auch die Preise sind runtergegangen und zwar um minus 40 Prozent im Großhandel. Zeitverzögert kommt es jetzt auch bei den Verbrauchern und den Verbrauchern beziehungsweise bei der Wirtschaft an. Genau so ist es. Mein Strompreis jetzt ab 1. Juni, der sinkt. Von diversen Zuschauern, die hier auch bei mir im Discord immer mal wieder Preise posten, sinken die Preise auch. Der Herr Schröder führt ja noch weitere Dinge aus, aber die widerlegen nicht die Aussage von Herrn Habeck. Achtung! Achtung! Und vor allem bezieht sich dieses Argument immer auf diesen hier umrahmten Bereich. Diesen hier. Aber die Ampel ist halt seit Dezember 2021 schon im Amt. Und da kann man ja mal sehen, wo man herkommt. Das machen wir jetzt mal. Also erstes Mal, es bezieht sich aber nicht auf diesen Strompreis, weil der Herr Habeck redet vom Großhandelspreis. Das sind zwei Paar Schuhe. Natürlich sind da noch Abgaben, Netzentgelte, Steuern etc. etc. drauf. Kann man drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Klar, aber irgendjemand muss ja das Stromnetz bezahlen. Aber ich habe da auch mal was rausgesucht vom IWR. Also sieht jetzt vielleicht nicht ganz so professionell aus, aber die Grafik habe ich auch mal hier vorbereitet. Hier haben wir jetzt einen Zeitraum von Juni 21 bis Oktober 23. Und man findet noch weitere Statistiken, dass der Großhandelspreis für Strom gesunken ist. Und wenn man sieht, wo er in der Spitze war, weiß er, wo das Problem ist. Und hier haben wir jetzt Juni 21. Also wir reden jetzt nicht mehr nur von diesem, wahrscheinlich von Herrn Schröder, eingerahmten Bereich, sondern wir reden ab hier. Und das ist die Strompreisentwicklung, wo halt auch Abgaben oben drauf kamen. Hier auch noch mal ein bisschen eine längere Übersicht. Das hier ist jetzt Energie-Charge.info, Link natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und dann seht ihr es auch mal über einen längeren Zeitraum, wie sich der Großhandelspreis entwickelt hat. Jährliche Börsenstrompreise in Deutschland, Preis je Megawattstunde. Also das hier sind die 6, irgendwas Cent und wir kommen hier von 23 Cent. Ich kann an der Aussage von Herrn Habeck nichts ehrenrügiges finden. Klar, es ist gestiegen. Man muss jetzt auch noch abwarten, in welche Richtung es weitergeht. Aber die Erneuerbaren auf lange Sicht, ja, ich rede jetzt nicht von 10 oder 15 Jahren, sondern auch von 20, 30, 40 Jahren, werden die Strompreise, die Energiepreise in Deutschland massivst senken. Weil, wenn die Infrastruktur erstmal da ist, die Kraftwerke alle da sind, Windkraft, PV, you name it, dann werden auch die Kosten entsprechend sinken. Irgendwann müssen wir es halt angehen, das ist meine Meinung, wir können ja halt immer in der Höhle wohnen bleiben. Also auch hier, meiner Meinung nach, die Aussage von Herrn Habeck ist richtig, nicht widerlegt von Herrn Schröder. Ganz im Gegenteil, wenn er Großhandelspreise mit Haushaltsstrompreisen vergleicht, sag ich, er kennt den Unterschied wahrscheinlich gar nicht. Als letztes kommt noch ein vierter Punkt, den der Herr Schröder schon vorher behandelt hatte, da aber aus dem Kontext gerissen hat und auch falsch dargestellt hat. Ich habe ja dargelegt, warum ich das so sehe. Den hören wir uns gerade auch nochmal an, aber da müssen wir dann nicht mehr weiter drauf eingehen. Viertens, ja, wir importieren etwas mehr Strom, als wir exportieren, aber das macht den Strompreis eben günstiger und hat keinen Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit, denn wir wären jederzeit in der Lage, den Strom selber zu produzieren, dann allerdings wegen der fossilen Energien zu höheren Preisen. Es ist also klug, diese Energie einzukaufen. Ich kann dem Herrn Habeck nicht widersprechen. Ich denke, dass dieses Video, was er da hochgeladen hat, inhaltlich absolut korrekt ist. Wie gesagt, die Zahlen bis ins Detail kann ich jetzt hier von meinem Kinderzimmer aus nicht nachvollziehen. Es erscheint mir aber plausibel über verschiedene andere Dinge, wie man sowas finanziert, wie man sowas umsetzt, ob man die Atomkraftwege hätte weiterlaufen lassen sollen. Klar, könnte man über alles noch 10, 15, 20 Jahre diskutieren. Ich persönlich rechne der Bundesregierung, die ich auch in vielen Punkten immer wieder kritisiere. Hoch an, dass sie es endlich angepackt hat und die Energiewende mal richtig angestoßen hat. Dass da manches handwerklich schlecht gemacht ist und auch überstürzt ist, steht außer Frage. Und was unsere Industrie sich wahrscheinlich am meisten wünscht, ist Planungssicherheit. Einfach einen zuverlässigen Partner in der Politik, der nicht überstürzt und unüberlegt handelt und der klare Ansagen trifft, die auch über die jetzige Regierung hinaus Gültigkeit behalten. Weil wenn da eine andere Regierung kommt und will alles wieder zurück abwickeln, dann fangen wir wieder von vorne an und das kostet Deutschland nur Geld. Der jetzige Weg ist richtig, wenn ihr mich fragt, aber er muss mit Bedacht und mit den richtigen Mitteln und mit dem richtigen, ja, Maß an Druck durchgesetzt werden und nicht über Zwang, 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 Zwang und du, 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 du. Weil so nehme ich das in Teilen wahr, bin ich ganz ehrlich. Das war also meine Auseinandersetzung mit dem Kitchen News Video. Ich weiß, Herr Schröder, Sie haben sich Sachlichkeit gewünscht. 100% sachlich war ich, glaube ich, nicht. Ich rede mich dann halt immer in Rage. Hätten wir das im gegenseitigen Gespräch besprochen, wäre es sicherlich ein bisschen sachlicher geblieben. Da bin ich ganz ehrlich, mir gehen halt immer die Pferde ein bisschen durch. Aber was ich nie verstehen werde, ist, dass diverse YouTube-Kanäle über einen bunten Blumenstrauß an Themen reden. Diese Themen sind hochkomplex. Die werden dann aus dem Kinderzimmer wie bei mir, aus der Küche, aus der Garage, whatever, in 10 Minuten oberflächlich abgehandelt, dass es einem die Haare zu Berge stehen lässt, dann unter diesen Videos von diesen YouTuber-Kitchen-News zähle ich jetzt mal mit dazu. Olli redet. Auch in der Elektroauto-Bubble gibt es da den einen oder anderen, der hochseriös daherkommt, aber einfach nur inhaltlichen Käse erzählt. Und die Zuschauer unter den Videos feiern das völlig unkritisch ab. Deshalb meine Aufforderung an euch. Punkt A, guckt euch das Video von dem Herrn Schröder von Kitchen News selbst an. Guckt, ob ich irgendwas aus dem Kontext gerissen oder falsch verstanden habe. Seid immer kritisch, egal welcher YouTuber aus welchem Kinderzimmer euch die Welt erklären will. Es ist super schwierig, in einem Thema kompetent zu sein. Wenn man dann aber auch von irgendeinem Kriegsschauplatz berichtet und wie man das handeln müsste, über die Energiepolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Migration, Bildung und überall hat man eine Meinung und überall meint man, diese Meinung auch äußern zu müssen, ohne den Zusatz zu geben. Ich quatsche nur mal so vor mich hin. Es ist Stammtischniveau. Das ist halt schwierig. Und deshalb, liebe, liebe Zuschauer meines Kanals, auch bei meinen Aussagen, meinen Videos, bleibt immer kritisch. Informiert euch über möglichst viele Quellen. Und damit meine ich nicht die Bild und auch nicht Fokus oder Welt. Sondern einfach breit gefächer die Informationen zusammensuchen. Da bekommt ihr doch am ehesten ein Bild und recherchiert selbst. Und guckt auch mal auf den Seiten der Bundesregierung oder Bundesnetzagentur oder whatever. Da bekommt man korrekte Informationen. Es ist nicht alles geschönt oder gefälscht, sondern ganz im Gegenteil, das meiste ist inhaltlich richtig. Dass dann wiederum Politiker, die von den Sachverhalten in den Ministerien, denen sie vorstehen, nicht unbedingt immer die meiste Ahnung haben. Da bin ich ja bei euch. Das ist so. Das ist aber unserem System geschuldet. Es ist nun mal Fakt, dass auch in der Politik nicht jeder Kopf brillant ist. Wie will man es auch erwarten? Das gilt ja auch für die Privatwirtschaft. Das gilt für die YouTube-Szene. Da ist auch nicht jeder brillant. Ich müsste mir aber überlegen, ob ich überhaupt jemanden weiß, wo ich sagen würde, der ist brillant. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt noch das Wort zum Sonntag gewesen. Ihr schreibt mir bitte unter das Video, wo ich jetzt in meinem Video daneben gelegen habe, ob vielleicht die Aussagen von Kitchen News alle richtig waren und ich nur was falsch verstanden habe. Ansonsten war es das für das Rent-Video. Herr Schröder, ich entschuldige mich, falls ich ein bisschen sehr unsachlich rüberkam. Das ist halt meine Art. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch und sonst verpasst ihr das nächste Rent-Video. Das ist halt meine Art. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020